So, jetzt wird's ernst, ne? So. Komm mal her. So. Wo geht's hin, wo ich jetzt? Zum Michael, ja? Nach Ruckberg, ja? Da geht's hin, ja? Und da geht noch der Grüne mit, ne? Und du hast, komm mal her. Du gehst auch mal mit auf die Reise zum Michael, ne? Ja. So, geht ihr beide zusammen, gut. Ja, so. Geht ihr beide zusammen, komm mal her. Okay. So, hm? Alter, das ist hin, ja, ne? So. So, leider ist hin, ja, ne? So. Wo ist denn jetzt die Wolke abgeblieben, ne? So, haben wir auf dem Schulter oder was? Hm? Ja. Alter Burschen, ne? So, komm mal her. Hm? Wolke? Bei mir auf der Schulter. Hm? So. Alter Wolke, ja. Jetzt ist der Grüne weg oder was? Hm? Jetzt ist der Grüne weg, ne? So. Hm? Wolke? So. Wo ist der Grüne? Wo ist der Grüne weg, ne? So. Jetzt geht's hin die Box, ne? So. Jetzt geht's hin die Box, ne? So. Jetzt geht's hin die Box, ne? So. Jetzt geht's hin die Box. Jetzt geht's hin die Box, ne? Aber erst mal so, ne? So. Wo bist du? Fliegst du im Kreis um mich rum, hier? So, hm? So. Fliegst du im Kreis um mich rum, Wolke? So. So. Alte Wolke, ja? Hm? Fliegst du im Kreis um mich rum, hm? Und du grün finde ich, ja? Wir beide, ne? So. Komm mal her, Wolke. Hm? So. So. Sieg ich dich, ja? So. Sieg ich dich, ja? Hier auch. Jetzt hab ich dich, ne? So. So. Jetzt muss der blaue Ring noch ab. Fert. Und jetzt unten rein, ja? So. So. Und der Grün singst du? Hm? Komm mal her. Alter Grün singst du? Hm? Komm mal her. Alter Grün singst du? Komm mal her. Du gehst oben rein, ne? Ja? Du kannst oben trommeln, ne? Du kannst von oben trommeln. Komm mal her. Ja? Hallo. Du kannst von oben trommeln, ne? Ja? Ist das gut, ja? Siegst du von oben trommeln, so? Alter Grün singst, ja? So, hm? So. Zack. Dann auch der blaue Ring, ja? So. Und ab mit dem Reiseabteil. So. 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 Wollt ihr bei dir noch mal in die Kamera gucken und tschüss sagen, ne? Ja? So. Ha? Wollt ihr noch mal tschüss sagen, ja? Das war's dann, ne? Jetzt geht's ab. So. Jetzt legen wir das Telefon. Ja? Nochmal. Ja. Ich krieg's noch mal durch. So. Jetzt geht's weiter. Nichts. Melina. Aus Berlin. Jaaaa. Melina aus Berlin. Wo ist denn der Atmosphangel? wo ist denn der Atmosphangel? So, wo bist du denn? Ja, du bist das nicht. Du gehst von Medina nach Berlin, nicht? Ja, alles gut, du? Ein Krassensprobel, komm her. Bist du ein Krassensprobel? Ja, du bist ein guter, ne? Alles gut, alles gut. Kopf, auf den Kopf, so. Auf den Kopf fliegst du, so, kleiner Nasen-Knapperei, so, ja. Kleiner Nasen-Knapperei, ne? So. Hopp! Ich hab dich nicht gekriegt, was? So. Ich hab dich nicht gekriegt, jetzt bist du freiwillig in die Box. Bist du freiwillig in die Box gehen, du? Ja? Bist du freiwillig in die Box? Ja, du bist freiwillig in die Box. So. So, ne? Ja. So, jetzt hab ich die aber. Machen wir da. So. Das ist der blaue Taschensprobel, der geht nach oben. Weil du bisschen leichter bist, ne? So, dann kommt der Pinguin noch als zweiter mit auf die Reise, ne? Ja. So. Kommt Medina nach Berlin, ja? Du bist die Nummer zwei, ne? Alter Pinguin, komm her. So. Alles gut, ja? So. Komm her. Hallo. Hm? Da ist er, ne? Der Pinguin. So. Du gehst als Nummer zwei nach Berlin, ne? Ja? Hm? Du bleibst den Taschensprobel, ja? Ist das in Ordnung? Ja? So. Hallo. So. Hallo. Hopp! Hopp! Hab ich dich, ne? So. So. Kommt noch der roter Wind ab. Hopp! So. Du gehst unten rein, ne? Hopp! So. Und dann darfst du auch noch schön sagen, ja? Noch mal in die Kamera gucken, ja? So. Gut. Noch mal in die Kamera gucken, ihr beiden, ja? Alles gut, ja? Auf nach Berlin, ne? Ja? Und benehmt euch. So. Jetzt kommen die letzten zwei. Die letzten zwei, der René. So. René. So kommt die Hildegard. Ne? Wo ist die Hildegard? Wo ist die wilde Hilde, hm? Bist du die wilde Hilde, hm? Bist du die wilde Hilde, hm? Komm mal her. Bist du die wilde Hilde? Ja. So. Ha? Komm mal her. Bist du die Hildegard, hm? Nere? To the René, ja? Ja. So. Bist du die Hildegard? Na, komm her. Alte Tante, ne? Alte Tante, sagt, ne? So. So, wo gehst du denn hin? Nach Köln. Nach Köln zum Relais, ne? Willst du das? Ja. Du gehst nach Köln zum Relais, ne? Und da benimmst du dich, ne? So, hm? So, ich hab dich. Hab dich. So, ab mit dir. Und drei Saar frei. Ne? So. So. Da ist die Hildegard, ne? Reisefertig, ja? Bist du reisefertig, Hildegard? Ja, gespiegelt und gebügelt. So. Und jetzt kommt die Nächste. Jetzt kommt die Maxi noch dran. Die Maxi aus Unterwölfen, ne? So. Du gehst du zur Maxi, ne? Ja. Gehst du zur Maxi nach Unterwölfen, ja? So, hm? Du bist der Letzte, ne? Auch ein Taschenvogel, ne? Bist du ein Taschenvogel, so, hm? Bist du ein Taschenvogel, hm? Komm mal her. Ja. Bist du ein Taschenvogel, so, hm? Ja, ne? So. Gehst du zur Maxi? Hallo. Hier ist hier die Musik. Du wolltest uns sagen. Wir wolltest uns sagen. Ne? Ja? Machst du noch mit oder nicht, hm? So. Machst du mit oder nicht? Gut. So. Komm her. Machst du nicht. Machst du mich nicht. So. Machst du dich nicht. Machst du mich nicht. Machst du dich nicht. Machst du dich nicht. Ja, dann darfst du den Ex-Würfen nicht ausfoben, ne? So. Dann darfst du bei der Maxi nicht ausfoben. So, da geht's rein. So, wir lassen das alles schön sagen. Ja, und nun? Und nun? Und nun, was sagst du nun dazu? Auf geht's, ne? Auf geht's, ja? So. So. Und tschüss. Das war's mal wieder, ne? Das war's mal wieder, ne? Bitte hoch, komm mal her. Eigentlich solltest du auch noch mitgehen, ne? Komm mal her. Hallo. Hallo. Eigentlich solltest du auch da reisen. Aber du darfst noch hierbleiben. Du bist abgeholt, ne? Du bist abgeholt, ne? Und da geht's noch, wie du abgeholt bist. Der Kleeball soll da noch mitgehen. Du bist da hinten, der Kleeball, ne? Komm mal her. Da ist der Kleeball, ne? Der soll noch mitgehen, ne? Der wird auch noch abgeholt, da nicht? So, komm her. So. Hin. Ja? Ja? Wie der Kleeball dann auch noch mit, ja? So. Mhm. So. Und dann haben wir hierher noch den Oldenburger, ne? Hier bist du der Oldenburger. Hier. Und dann der Kleebis. Hm? So. So. Mhm. Hier ist ein Oldenburger, ne? Ja. Hier ist ein Oldenburger. So. Ja, warst du. Ach mal. Klar bist du. Komm her. So. Du bist der zweite Oldenburger, ne? Schau mal her. Ihr beide, ne? Ihr reißt... Hallo. Hallo. Komm her. Hallo. Ihr beide, ihr reißt zusammen, ne? Wird abgeholt, ja? Was ist mit dir, ne? So, komm mal her. Hallo. Du kommst auch rum. Bist du auch ein bisschen schickig? So. So. Bist du auch ein bisschen schickig? Komm mal her. So. Okay. Dann haben wir noch einen hier, ne? So. So. Da ist noch ein Maxi-Vogel, ne? Haha. Da ist noch einer, ne? Sicher. Hm. Ja. So. Ja, du komm her vor mir. Komm her. So. Ja, mecker. Schau. Das ist das. Alter Sticker-Satz, ne? So. Ja. Da haben wir noch einen Taschenvogel, ne? Ja. So. Dann haben wir noch einen Taschenvogel, ne? So. Und der ist auch schon bestellst wieder, ne? Du oder ein Kumpel, ne? Ich finde andere Tassenvogel, ne? Ich finde andere Tassenvogel, ne? So. Da waren doch zwei, ne? Du. So. So, Richard, komm mal her. So. Ich finde andere Tassenvogel, ne? Zwei Stück haben wir doch gehabt noch, ne? Zwei Tassenvogel, ne? Ja. Genau. So lange warten, ne? Einer ist weg. Welcher ist übernommen? Komm mal her. Komm mal her. Komm. Komm. Komm her. Hallo. Komm. So. Da bist du, ne? Und du? Willst du auch ein Tassenvogel werden? Ja? Komm her. Willst du auch ein Tassenvogel werden, ne? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann nicht, ne? Und so. Und. Knickebein. Du. Das ist Knickebein, ne? Komm mal her. Du. Du bist einfach, ihr beiden seid Tassenvogel, ne? Ja. So. Ihr beiden seid noch Tassenvogel, ne? Ja. Alles gut. Ja. Und damit sage ich Sie. So. Wie sieht man mit den Tassenvogel vor? Untertitelung des ZDF, 2020